Nächste Woche startet ein Projekt mit an Jakob und zwar Lego Star Wars 7. 100% wird übelst nice und deswegen will ich euch gerne noch die Lego Filme, also das Lego Spiel, Lego Star Wars, die komplette Saga, dass ich da die Filme erstmal zu Ende bringe, damit wir dann den siebten anfangen können und das dann chronologische Reihenfolge passiert. Wir sind gerade beim dritten. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen an einem Tag 6 Lego Star Wars Videos hochladen und zwar von jedem Film alle Level an einem Tag. Ich weiß, es hört sich jetzt so an, warum? Es ist einfach so und vielleicht lade ich auch mehr hoch. Keine Sorge, euer Server Show kommt noch, Splatoon kommt noch, Legend of Zelda kommt noch. Aber ich würde gerne es abhacken, dass wir dann wirklich ein richtig nice Projekt empfangen wird. Es wird komplett anders als dieses Lego Star Wars. Es wird nicer, es wird krasser und wahrscheinlich kennen die meisten von euch das, weil Star Wars 7, wer hat es nicht geguckt. Auf jeden Fall viel Spaß und ich hoffe, es ist nicht zu viel, was ich hochladen. Sonst, ciao Leute. Star Wars mäßigen guten Tag meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Episode 3, die Rache der Sith. Heute spielen wir Kapitel 2, der Kanzler in Gefahr. Viel Spaß. Star Wars mäßigen guten Tag. Gut, im letzten Part haben wir über Coruscant einen Kampf gehabt und jetzt sind wir in Coruscant drin. Wir sind auf einem Schiff gelandet und Obi-Wan im Bruch gelandet und versuchen nun hier, ein bisschen wie lang zu gehen, da hinten ist. Das ist General Grievous. Teil 2 haben wir ihn noch gar nicht besiegt. Und in Teil 2 sind wir nicht mal auf ihn gestoßen. Aber ich glaube, die meisten von euch kennen ihn. Es ist General Grievous. Ich hätte übrigens mal wieder Bock, das zu zocken, deswegen wundert euch da nicht und sagt jetzt bitte nicht, nein, nicht schon wieder. Es wird jetzt nicht dauerhaft kommen. Ich werde es jetzt einmal ein Stück aufnehmen und deswegen werde ich dann, wenn ich Bock habe, mal es hochladen. Wenn ich da nicht... Ach, okay, gut. Oh! Ja, die Droiden kommen mir schon böser vor. Aber die kriegen wir natürlich auch alle down. Und 1 und 2 So, stopp. Meins. Ich weiß nicht, was es hier gibt, deswegen gehe ich mal kurz hier hin. Okay. Oh, cool, Geld. Das ist okay. Ähm, man könnte es auch gut nehmen als einfach eine Redesache, wo ich ein bisschen mit euch rede. Und zwar frage ich euch wegen kommenden Let's Plays, ob was ihr Lust hättet. Was hättet ihr Lust auf... Jetzt kommt die schon wieder. Mann! Jetzt hättet mein Laserschwert gar nicht. Ähm, Anakin? Kannst du ihn töten? Kannst du ihn töten? Kannst du ihn töten? Kannst du ihn töten? Danke, danke, danke. So, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Jetzt töten wir den Rest. Und auf mir weiter. Komm! Und 1 und 2 und 3 und das sind ja alle tot. Hier gibt es sehr viele Sachen, die man antippen kann, aber Warte kurz. Warte, warte. Hier brauchen wir dich. Ach, okay. Hier brauchen wir jemand anderes und dort brauchen wir nochmal dich. Und deswegen nehm ich dich jetzt kurz. Was hättet ihr davon, wenn ich nochmal mit dem Jakob zusammen das zocke? Wie findet ihr die Idee? Schreibt's in die Kommentare. Gut, damit können wir hier hoch. Was? So, damit haben wir den ersten Schreiter betätigt. Konverschuh, Schalter Nummer 2. Der befindet sich auf dieser Seite. Gleich nehmen wir den Minikit. Nein, Schalter Nummer 2 ist nicht. Da unten auch nicht. Obivare und schafft, dass sie erregelt alles. Ich weiß was. Ich weiß was. Ich weiß jetzt. Hier geht's wo. Genau. Erstmal töten wir den Typen. Den man noch so besser besiegen kann. Dann gehen wir hier rein. Wechseln hier hin. Und gehen dort rein. Nein. Der Kanzler wurde angesperrt. Wie der Kanzler. Count Dooku. Wir kennen dich noch. Aus dem zweiten Teil. Dort. Wolltest du auch gegen uns kämpfen. Töten wir erstmal den Rest. Und dann töten wir ihn. Okay, ist gut. Aber ist auch wirklich so gut. Wo bist du? Warte. Warte. Da haben wir ihn. Was hat er jetzt vor? Was hat er jetzt vor, Anakin? Komm, wir gehen zu ihm. Tja. Das ist so leicht. Kommst du von mir davon? Nein. Nein. Auf Yobivan guckt. Auf Yobivan Kenobi Episode. Alles. Gut. Töten wir erstmal diese Typen hier. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Yobivan. Ah. Boom. Jetzt ist deine Hand ab. Und jetzt schön. Wats. Dein Kopf ist auch ab. Warum sieht der Kanzler aus wie eine Frau? Was wollten die mit ihm bewirken? Warum haben die ihn hier auf diesen Platz gestellt? Es ist kaum Doku hin. Egal. Wir haben den Kanzler befreit, der entführt wurde. Wir müssen fliehen. Kommen Sie, Kanzler. Wo? Okay, Kanzler. Ähm. Es gab technische Schwierigkeiten bei ihrer Befreiung. Und deshalb tut es uns leid, wenn sie ausversehend sterben müssen. Aber wir werden ihren Platz dann... Okay, warte, warte. Brauchen wir ihn hier. Ja. Der ganze... Warum war denn der Aufwand? Warum bist du nicht vorgefahren und hast das deaktiviert irgendwie? Egal, ich hab die Angst. Also, Grievous ist weg. Wir haben Obi-Wan. Wir haben... Nicht Obi-Wan. Wir haben... Jetzt sind wir getötet. Genau. Und Doku. Und... Sind jetzt super. Weil wir es geschafft haben, den Kanzler zu befreien. Da aussieht wie eine... Frau. So. Der kann da einfach durchfahren. Okay. Woher soll ich das wissen? Ich spiele das auch nicht so oft. Oh, wo bist du denn? Ah. Na, dann wird alles klar. Jetzt wissen wir auch, warum er stehen geblieben ist. Weil er zählt und warum einfach... Einfach gegen die Tür zu hauen. Weil das können ja nur wir. Und Kanzler Purpertine, der hässlich... Wir gehen jetzt hier lang. Und da steht Grievous. Und hat zwei... Ähm... Ja! Grievous, du wirst verkacken. Doch. Natürlich flieht er. Natürlich flieht er. So, damit haben wir ihn. Oder die beiden. Er ist ja hier durch die Rettungskapsel geflohen. Natürlich sind hier noch mehr Droiden. Was... Was dachtet ihr denn? Dachtet ihr, ihr konnt hier einfach durch und... Ohne lange Droidika... Kämpfe und... Vieles mehr? Nein. Und damit haben wir... Ach nee, unser Schiff ist zum Abschluss gebracht worden. Und... Wir landen perfekt auf Coruscant. Nein, nicht ganz perfekt, aber perfekt genug. Ja, ähm... Es wird schon Zeit. Kommt mal mit hier. Das war's. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Pfad auch gefallen. Und wir sehen uns. Wenn dann euer Bart uns steht. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.